Ja, es darf nicht fehlen, zumindest nicht aus meiner Sicht. Ich habe seit ein paar Jahren einen ganz besonderen Weihnachtsgruß. Schwer zu lesen für den einen, doch seh es wie ein Reim. Manchmal klappt es und manchmal nicht, so wie das Leben es uns bringt. Ich wünsche dir jedenfalls eine wunderschöne, harmonische, friedliche Weihnachtszeit. Und da es ein langer Text ist, werde ich ihn dir jetzt hier einblenden und dazu mit vorlesen. Ich schenke dir eine Brille, wenn heute und jetzt nur imaginär, doch ist nicht wie im Leben. Nichts ist so, wie es scheint und so kunterbunt auch an Vielfalt ist so mit den Menschen hier auf dieser Erde. Manch einer kann besser mit Menschen der Veränderung, ach ja, auch was schlimm ist, umgehen als der andere. Warum sich darüber wohl den Kopf zu brechen, ist nicht meins, das ist deren Problem. Doch tatsächlich geht es uns alle an. Nach all der Zeit sollten wir nun wissen, alles hat seine Wirkung, ob für oder gegen uns, ob es uns passt oder auch nicht. Auf jeden Einzelnen kommt es an, was er, sie, es, daraus macht. Nun, nicht nur hilfreich wäre es, wenn es so etwas gäbe, wie die imaginäre Brille. Auch leichter machen würde es unser Leben. Hätten wir sie in dem Moment, wo wir uns begegnen, könnte ich meine Lebenswelt wie auch deine wahrnehmen. Nicht selten mangelt es uns an Vorstellungskraft, dass auch der andere tief in seiner Seele den gleichen Wunsch, wie man selbst in sich hat. Ist es nicht so, dass wir alle gesehen, gehört, geliebt, akzeptiert werden möchten, so wie wir sind und nicht, wie es so gern der andere hätte? Ist es nicht so, dass wir alle lieber ein Leben in Frieden, Harmonie und Gleichgewicht wollen, anstatt sich mit Sorgen und den Qualen zu sohlen? Wisse, im Leben tatsächlich alles mindestens zwei Seiten hat. Nichts ist nur gut oder schlecht, doch liegt es an dir, mit welch Augen du darauf blickst. Darum hier und jetzt die wundersame Brille, imaginär. Erinnern soll sie sich nun daran und dir sagen, das Leben ist nicht nur schwarz-weiß, nein, sie ist bunt. Die Farbe kannst du jederzeit wählen, wähle bedacht, nicht nur für dich, sondern weil es, wie du wählst, uns alle betrifft. Nun wünsche ich dir diese erfüllende Gabe, nicht alles schlecht, sondern auch das Gute, nicht nur in jeder Situation, sondern in jedem Menschen zu sehen. Liebe, lebe und lache, so oft wie es geht, da steht dir, glaub mir, viel besser als ein grummelndes, gar trauriges Herz. Beginn zuerst bei dir, die Welt hier und jetzt nun bunter zu machen. Du hast Wirkung zu jeder Zeit, red dich nicht unterm Schatten. So sag ich dir nun, Dankeschön für dein Sein und damit wirken, wenn zu positiv und einem Herzen voller Liebe, ja und Barmherzigkeit ist, wird was Wichtiges und zum großen Ganzen, ja du selbst, fehlen. Eine wunderschöne Weihnachtszeit wünsche ich. Alles Liebe, alles Gute. Deine Bianca Deine Bianca